Heute bei den Troubletinis, Labradoodle Bolle außer Rand und Band. Bolles großes Problem ist, wenn ich im Garten bin, dass er dann hoch springt und mir richtig in den Arm beißt oder richtig in die Klamotten beißt und dann da dran zieht. Wenn man jetzt nicht sofort das Ganze unterbricht, dann fährt er sich hoch und dann wird es richtig unangenehm für Finn.